Die Schlacht bei Vatignies fand im Rahmen des Ersten Koalitionskrieges am 15. und 16. Oktober 1793 zwischen französischen und österreichischen Truppen statt. Sie endete mit einem französischen Sieg. Vorgeschichte Im flantrischen Feldzug kam es am 8. September 1793 zu einer Niederlage der Koalitionsstruppen unter Wilhelm Dem von Freitag in der Schlacht bei Hanschote gegen Jean Nicolas Autschat. Daraufhin mussten die Alliierten unter dem Oberkommandierenden Herzog von York die Belagerung von Dünkerchen aufgeben. Allerdings konnten die Franzosen den Sieg nicht ausnutzen. Stattdessen belagerten die Verbündeten Österreicher und Niederländer unter dem Oberkommandierenden Friedrich Josias von Sachsen-Koburg-Saalfeld die Festung Maubeuge und besetzten verschiedene Städte. Ein Gegenangriff von Autschat scheiterte im Wesentlichen. Er wurde abgesetzt und starb am 17. November 1793 unter der Guillotine Schlacht. Der neue französische Oberkommandierende der französischen Nordarmee Jean-Baptiste Auden griffe daraufhin die österreichischen Einheiten unter Claire Faber-Vatignies an. Den Österreichern gelang es am 15. Oktober die in einzelnen Kolonnen angreifenden Franzosen zurückzuweisen. Einen Tag später mussten die Österreicher die Stellung aber gegen eine dreifache Übermacht räumen. Folgen Die Verluste auf beiden Seiten waren gering. Dennoch beschloss der österreichische Oberkommandierende Josias von Sachsen-Koburg die Belagerung der Festung Maubeuge abzubrechen. Er zog die Truppen über die Sambret zurück. In der Folge mussten sich die Koalitions-Truppen aus Flandern zurückziehen. Die Verluste auf beiden Seiten waren gering.